Hi, ich habe nur ein bisschen gepustet und schon ist sie umgefallen. Na, vielleicht ist es eine Pusteblume. Hi, guck mal. Oh, hi, 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 das macht Spaß. Hi, nochmal. Wow, juhu, haha, hi, 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 wow, das macht Spaß. Hä, Blume, tsch, hüpp, war das Blume, hüpp, oh, na warte, ha, gewonnen, gewo, tsch, Blume will spielen, hä, hüpp, ha, gewonnen, 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 gewonnen. Ha, nochmal spielen, ja. Blume, komm raus. Na, komm schon. Ha, 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 Blume, komm raus. Hey, hey, halt, halt, stopp. Blitz, was machst du denn da? Warum zerrst du denn an der Blume rum? Ich will mit Blume spielen. Moment mal, warum ist sie denn schon wieder klein? Ich hatte ihr doch Wasser gegeben und für sie ein Blumenlied gesummen, damit sie wächst. Hast du sie etwa geärgert? Ich habe nur gepustet. Oh, Blitz, das mag sie nicht. Oh, das tut mir leid. Das wollte ich nicht. Schon gut. Sollen wir spielen? Verstecken? Ich habe jetzt gar keine Lust zum Verstecken spielen. Vielleicht später einmal. Tschüss. Oh nein. Ich glaube, Colin ist sauer. Oh nein. Was mache ich denn jetzt? Blume, kannst du bitte wieder rauskommen? Ah, ich habe eine Idee. Ich hole ein bisschen Wasser. Ja, Wasser. Wasser, Wasser, Wasser. Wo ist Gießpfanne? Wo ist Gießpfanne? Ähm, ja, Gießpfanne. Gießpfanne ist im Gartenhäuschen. Ja. Gießpfanne, Gießpfanne. So. Wasser. Wasser ist drin. Und jetzt, Wasser, komm raus. Wasser, komm raus. Hup. Na, komm raus. Hup. Wasser, komm raus. Kommst du wohl? Oh. Was sagt ihr? Soll ich vielleicht kippen? Ja? Ja? Ach so. So vielleicht. Ah. So. 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 Ja. Jetzt hat Blume Wasser. Sehr schön. Und jetzt singe ich für Blume ein Blumenlied. Ja? Blume, Blume, du bist toll. Du bist einfach wundervoll. Blume, Blume, komm ans Licht. Ärgern tu ich dich auch nicht. Versprochen. Bitte, bitte komm raus. Oh. So, 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 so. Oh. Ja. Blume, Blume ist wieder da. Juhu. Hip, hip, hurra. Huhu. Oh, Colin, 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 die Blume ist wieder da. Was? Ja, ich, ich hab für Blume gesungen. Ich hab, ich hab für Blume gesungen und ich hab ihr Wasser gegeben. Guck mal. Hey, Blitz, du hast ja wieder alles in Ordnung gebracht. Das finde ich toll. Danke. Sind wir wieder Freunde? Na klar sind wir Freunde. Für immer. Für immer und ewig. Ha, ha, tschi. Brr, gehundheit. Danke, Blitz. Ha, ha, tschi. Brr, gehundheit. Ich glaube, ich hab mich ein bisschen erkältet. Ich sollte wohl was schlafen. Ich leg mich ein bisschen hin. Ich bin müde. Ha, hm. Spielen? Später vielleicht. Jetzt schlafen wir erstmal eine Runde hier unter dieser wunderschönen Blume. Na gut. Schlafen. Tschüss. Colin und Blitz machen die Augen zu und alles kommt zur Ruhe. Dieses war das erste Stück. Doch das nächste folgt zum Glück. So, wenn euch die Geschichte gefallen hat, dann kommt doch mal vorbei ins Puppentheater. Es gibt noch ganz, ganz viele andere Geschichten von Colin Kleff. Ruff! Bis zum nächsten Mal.